Guten Morgen. Erste Nacht im Zelt. Erfolgreich überstanden. War ganz gut, oder? Ja. Motivierter, als wir zunächst aussahen, machten wir uns wieder auf den Weg. Heute sollte das Ziel die Insel Öland sein. Warum? Tja, sah irgendwie vielversprechend aus. Und wir sollten recht behalten. Unterwegs gab es dann was Leckeres zu essen. Und wir schnappten uns ein paar von unseren schwedischen Lieblingssnacks. Karnebulle. Auf Schwedens Straßen geht es eher gemächlich zu. Das ist nicht nur super entspannt zu fahren, das kommt auch unserer Reichweite zugute. Bis zu 550 Kilometer ohne einen einzigen Ladestop sind so drin. Unser Auto konnten wir dann etwa 100 Meter entfernt vom Ziel parken. und kam dann an unserem Nachtlager an. Sebastian testet heute Nacht einmal unsere Hängematte aus. Für mich würzt dann aber trotzdem das Zelt. Alles Gutes Video. Ganz natürlich liegen wir hier. Ja, so würde es normalerweise aussehen. Und wieder hoch. Zum Schluss haben wir uns dann noch unser Abendessen gekocht und den Abend bei einem wunderschönen Sonnenuntergang ausklingen lassen. Also bis zur exterior GO! Zumaka wir uns dann noch Ärger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Admiss ihm. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.